Hallo, herzlich willkommen zu On The Grid, heute im Auftrag von den Kollegen von Inside Graz unterwegs in der neuen Decathlon-Filiale in der Shopping City Seiersberg. Und mir gegenüber steht der Filialleiter, der Patrick Welkenhüssen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Meine erste Frage ist, was kann sich der Kunde von Decathlon, also von diesem neuen Sportgeschäft, in der Shopping City Seiersberg erwarten? Auf 3000 Quadratmetern bis zu 70 Sportarten und interaktive Testzonen, wo der Kunde mit all unseren Produkten in Berührung kommen kann und sie auch testen kann, auf einem Sportplatz Outdoor, einem Kletterturm Indoor und in einem großen Fitness-Showroom von 75 Quadratmetern. Alle Geräte bei uns können ausgetestet werden und wir bieten Sportarten und Sportgeräte für jedermann, vom Einsteiger bis zum Profi bei Decathlon an. Was ich gesehen habe vom Fahrrad über den Basketball oder auch den Schnorchel bis hin zum Pickel für die Bergwand, gibt es ja so ziemlich alles. Auf was fokussieren Sie sich? Was ist sozusagen der Hauptbereich oder die Hauptthemen, auf die Sie sich konzentrieren? Wir setzen hier einen sehr großen Fokus auf Outdoor-Erfahrungen, das heißt vom Wandern übers Klettern, Canyoning ist eigentlich alles dabei. Der Steirer mag viel in der Natur sein und das ist bei uns eigentlich so der Hauptbestandteil, auf den wir setzen. Wir haben einen großen Camping-Showroom gleich zu Beginn in der Filiale und setzen sehr viel auf Bergsport, Camping und Wassersport. Ich habe gehört, Sie starten jetzt mit 35 Mitarbeitern. Suchen Sie noch zusätzliche Angestellte bzw. wenn jemand bei Decathlon arbeiten möchte, was sollte er mitbringen? Also wir suchen auf jeden Fall noch Mitarbeiter. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten und sportbegeisterten Kollegen. Mitbringen sollte man auf jeden Fall unsere Werte Vitalität, Eigenverantwortung und Hilfsbereitschaft. Das steht bei uns ganz groß und wird bei allen Mitarbeitern tagtäglich gelebt. Zum Abschluss, was ist Ihre Favorit, den Sportart bzw. was ist Ihr Lieblingssportgerät? Mein Lieblingssportgerät ist unser Touring-Sub. Das ist ein sehr großes Stand-Up-Peddleboard, mit dem ich sehr gerne in Kroatien auf dem Meer auch unterwegs bin. Und generell alles, was auf dem Wasser ist, begeistert mich sehr. Wenn man mich als Person generell fragt, bin ich allerdings ein leidenschaftlicher Camper und bin sehr viel mit meinem Truck auch Offroading und Overlanding und versuche dort auch sehr viele Decathlon-Produkte im normalen Feld zu testen. Dankeschön, Herr Wecken-Hüsen. Ich wünsche viel Spaß. Und genau ab Freitag geht es los. Ab 9 Uhr hat dann die neue Decathlon-Filiale in Graz-Seyersberg offen. Viel Glück, viel Spaß und nicht zu vergessen, Hals- und Beinbruch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke. Danke. Vielen Dank.